Staat, Gesellschaft, Wirkschaft, jeder hat doch eine Meinung dazu. Aber was sagt eigentlich die katholische Kirche zu dem Thema? Genau das wollen wir heute behandeln und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Chad Thamen. Mit mir, Samuel, und heute zu Gast, Moritz Scholtisik. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Samuel. Danke für die Einladung. Ja, Moritz, du hast dich mit dem Thema schon näher beschäftigt. Kannst du doch für alle Zuhörer ganz kurz erklären, wer bist du und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wieso interessiert dich dieses Thema so? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Warum interessiert mich dieses Thema so sehr? Ich bin eigentlich darauf gekommen, im Zuge meines langjährigen Engagements vor einigen Jahren während des Studiums für die katholische Jugendbewegung. Und die katholische Jugendbewegung oder kurz KLB, die hat in ihrem Programm als Ziel die Wiedererrichtung des sozialen Christkönigtums stehen. Und ich habe mich damals halt eben gefragt, ja auch natürlich, als ich mich da angestellt habe, was heißt das eigentlich? Was ist überhaupt das soziale Christkönigtum? Und habe dann begonnen sozusagen darüber zu lesen, habe mir angeschaut, was sagt die Kirche dazu, was sagen die Päpste dazu und war so begeistert von diesem Thema, war so begeistert davon, dass die Kirche sich auch zu so vielen gesellschaftlichen und so vielen weltlichen Fragen und politischen und wirtschaftlichen Fragen und so weiter äußert und auch so klar und so strukturiert. Und es war für mich so viele Aha-Erlebnisse und so große Erkenntnisse bei der ganzen Lektüre, gerade auch von päpstlichen Aussagen, dass ich mich da eigentlich immer weiter sozusagen reinfuchsen wollte. Und das Ganze hat dann letztlich immer weitere Ausmaße über die Jahre angenommen. Also beispielsweise habe ich mit einigen Mitstreitern einen Studienkreis geführt. Wir haben einen Studienkreis über drei Jahre hinweg gehabt, wo wir päpstliche Enzykliken, also Rundschreiben von Päpste gelesen haben. Vor allem zu diesen ganzen politischen und gesellschaftlichen Themen. Und dann haben wir eben Vorträge organisiert und so weiter. Und daraus ist letztlich ein ganzes Institut entstanden, das Institut zur Verbreitung der katholischen Soziallehre, das wir heute eben haben und das wir führen und bei dem wir auch noch weit am Anfang stehen. Also wir wollen dann sozusagen noch viele weitere Projekte neben bisherigen Veranstaltungen, neben einem Lesekreisplan, den wir bisher haben und so weiter, auf die Beine stellen. Aber letztlich hat sich das im Laufe der Jahre so immer so weiterentwickelt, als wir gemerkt haben, gut, dieses Thema ist so reich, so breit, aber auch so wichtig. Und irgendwie gerade im deutschsprachigen Raum wird das irgendwie kaum behandelt. Deswegen haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie behandeln und vertiefen. Ja, also es ist eine super Sache auf jeden Fall. Wieso würdest du jetzt aber meinen, wenn Leute zu dir kommen und sagen, wieso soll ich mich mit diesem Thema beschäftigen? Ich meine, heute leben wir in einer Gesellschaft, die es definitiv nicht katholische Gesellschaft an und für sich bildet. Warum dann sich mit so einem abstrakten Thema, wenn man will, auseinandersetzen? Ja, das ist eine ziemlich berechtigte Frage, weil wir natürlich gerade als Katholiken in der heutigen Zeit vielleicht immer versucht sind, uns zurückzuziehen in so ein katholisches Ghetto, könnte man sagen. Oder in so ein Safe Space vielleicht auch irgendwie, wo wir einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Weil eben, wir schauen in die Medien und die Welt ist irgendwie nicht nur nicht katholisch, sondern es geht halt auch irgendwie alles in Flammen auf, wortwörtlich. Also überall ist irgendwie Chaos, Konflikte, Krieg, Wirtschaftskrisen. Wir haben gerade auch aus katholischer Sicht so viele Dinge zu kritisieren, tatsächlich der ganze sittliche Niedergang, die ganzen, die Zerstörung der Familien und so weiter, die hohe Abtreibungszahlen. Also die Gesellschaften in Europa sind so sehr vom, nicht nur vom katholischen Glauben, sondern auch von der Natur des Menschen entfernt, dass es natürlich gerade für einen Menschen, der dem so weit gegenübersteht, dem so entgegengesetzt lebt, eigentlich die Versuchung immer Großes zu sagen. Okay, okay, ich ziehe mich halt einfach komplett aus all dem zurück, bilde mir irgendwo mein eigenes Dorf mit meiner Familie, habe da meine Messe am Sonntag, habe vielleicht irgendwie einen ganz guten Job und das war es dann sozusagen. Und diese Versuchung, sich so komplett ins Private zurückzunehmen, die ist auch nicht komplett neu. Die haben Katholiken auch, nicht nur Katholiken, aber auch Katholiken im Laufe der letzten 200 Jahre, würde ich sagen, eigentlich recht oft gehabt, als sozusagen die Gesellschaft sich eigentlich immer weiter vom katholischen Glauben entfernt hat. Aber ich würde sagen, dass das nicht nur unserer gottgegebenen Aufgabe, die wir ganz klar im Evangelium lesen können, widerspricht, sondern dass das auch der Natur des Menschen eben widerspricht. Also wir sind nicht dazu zu berufen, uns einfach zurückzuziehen und nur um unser eigenes Ding zu machen, sondern wir sind eben zu wesentlich mehr berufen. Also das kann man vielleicht am besten verstehen, wenn man sich kurz einfach das Wesen des Menschen an sich anschaut. Also der Mensch ist nämlich von Geburt an oder von Schöpfung an, besser gesagt, eigentlich ein soziales Wesen. Also er ist kein asoziales Wesen, er ist kein egoistisches Wesen, sondern er ist immer in Bezug auch auf den Nächsten zu verstehen. Also das liegt darin begründet, dass Gott den Menschen als Ebenbild Gottes geschaffen hat. Das wird im Schöpfungsbericht in der Bibel, in Genesis explizit gesagt. Und Gott ist ja dreifaltig, also besteht aus drei göttlichen Personen, die ihrerseits in Liebe aufeinander hingeordnet sind. Also es besteht auch innerhalb von Gott, in der göttlichen Dreifaltigkeit gibt es eine Beziehung. Und nun legt Gott diese Persönlichkeit und diese Beziehungshaftigkeit und diese Liebe, die er selbst besitzt, legt es in den Menschen hinein bei der Schöpfung. Wir sehen das schön veranschaulicht in der Sixtinischen Kapelle, dieses weltberühmte, mittlerweile auch leider ja komplett so für die Werbung missbrauchte Bild. Wenn Adam geschaffen wird und den Finger hoch zu Gott streckt. Das ist so, da hat Michelangelo das schön zum Ausdruck gebracht, dass als der Mensch geschaffen wurde, er von Anfang an ein soziales Wesen ist, weil er von Anfang an in einer Beziehung steht. Und zwar natürlich in Eisterlin zu seinem Schöpfer, also zu Gott. Aber eben dadurch auch immer in einer Beziehung steht zu allen Dingen, die Gott auch geschaffen hat. Also Gott, er steht auch in einer Beziehung dadurch zu Gott, indem er letztlich über den Umweg, nämlich über die anderen Geschöpfe Gottes. Und das sind eben nicht nur die anderen Menschen logischerweise, also klar, also in dem Fall dann bei Adam dann ganz direkt Eva, die eben ganz gezielt zur Seite gestellt wird, als eine Gehilfin, als eine Gefährtin. Sondern natürlich auch dann zu den ganzen anderen Dingen, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zu der ganzen Welt. Wir sehen das beispielsweise auch im biblischen Schöpfungsbericht, wenn Gott Adam nimmt und stellt ihn in den Garten Eden und sagt zu ihm, er soll ihn bebauen und behüten. Das heißt, er gibt ihm eine Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Er gibt ihm eine Verantwortung. Und darin sieht man, dass der Mensch von Anfang an letztlich ein Wesen ist, das eben Verantwortung für den Rest der Schöpfung trägt und eben dadurch sozusagen immer in einer Beziehung steht. Und man kann das nicht leugnen. Das sieht man sozusagen ja auch in jedem Leben eines Menschen. Ein Mensch wird sozusagen ja nicht einfach auf die Erde geworfen, sondern der wird ja auch in eine Beziehung hineingebauen. Er entsteht aus einer Beziehung, er entsteht durch die Sexualität von einem Mann und einer Frau, also letztlich durch auch eine Beziehung von Mann und Frau. Und er wird sozusagen, auch sein Heranwachsen ist ja eine Beziehung. Am Anfang steht er in einer Beziehung zu seiner Mutter, wenn der Mensch noch im Bauch ist, wenn er dann geboren ist, kann er am Anfang ja auch nicht alleine leben. Also der Mensch ist sozusagen immer ein Beziehungswesen und er kann auch nicht komplett ohne diese Beziehung und diese Bindung verstanden werden. Weil er ist schon Person vor diesen ganzen Beziehungen, vor diesen ganzen Gemeinschaften. Aber das ist eben nicht zeitlich zu verstehen, sondern er ist sozusagen an sich schon eine Person für sich genommen. Aber er wird erst zu der Persönlichkeit, also zu einer wirklich sittlich guten Person, wenn er sozusagen auch dieser Verantwortung, die ihm von Gott gegeben wird, für die Gemeinschaft, für die Nächsten nachkommt. Und deswegen ist sozusagen die Notwendigkeit für jeden Katholiken, nicht nur für jeden Katholiken, für jeden Menschen sozusagen auch für dieses Gesamtgesellschaftliche und für dieses Umfeld, in dem er lebt, auch irgendwie Sorge zu tragen und sich darum zu kümmern, ja ihm quasi wortwörtlich in die Wiege gelegt. Ja, also wir sind füreinander gemacht, das hast du schon mal sehr schön zum Ausdruck gebracht. Und auch du siehst dieses Bild von Michael Angelo, also von Anfang an sind wir dafür gemacht, füreinander. Und darum stellt sich natürlich automatisch auch die Frage, wenn wir uns jetzt organisieren in einer Gruppe, eben du hast schon die Familie angesprochen als die erste Instanz, die erste natürliche Gruppe, wenn man so will. Aber das geht ja dann noch weiter, wenn sich jetzt eben Familien miteinander zu einer Gesellschaft organisieren. Wie sieht das dann hier aus? Das ist ja nicht einfach nur ein Kompromiss, wie von manchen Philosophen gesagt wurde, sondern das ist auch natürlich gewissermaßen gegeben. Was meint die katholische Kirche davon oder was versteht man oder was versteht die Kirche von Gesellschaft und vielleicht im weiteren Sinne dann auch von Staat? Ja, du sagst es sehr richtig, es hört nicht bei der Familie auf. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn aus dem, was wir gerade eben schon gehört haben, geht ja auch hervor, dass sozusagen der Mensch nach der katholischen Lehre nicht individualistisch sein kann oder sein darf. Er kann auch nicht kollektivistisch sein, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen, aber sozusagen er ist ja, also er kann sozusagen nicht nur für sich genommen werden, aber auch die Familie an sich ist nicht sich selbst genug. Was wir einfach daran sehen können, dass allein schon deswegen aus ganz praktischen Gründen, weil eine Familie alleine auch nicht überleben kann. Ja, das ist also ganz, ganz banal eigentlich, aber darin besteht allein schon eine Notwendigkeit. Aber auch aus diesem sozialen Wesen der Menschen heraus, das geht ja letztlich über die Familien auf jeden Fall hinaus, ganz organisch, ganz natürlich. Und deswegen sehen wir auch, dass, ja, auch im Laufe der Geschichte, dass letztlich nicht einfach nur lose Familien irgendwie nebeneinander existieren, sondern dass die sich, wie du so aussagst, sie schließen sich immer zusammen. Ja, sie schließen sich zu einem Dorf zusammen, dann zu einer Stadt und so weiter und das wächst und das wächst und daraus entsteht erstmal ein Volk. Ja, also ein Volk ist letztlich immer, gut, da gibt es natürlich, kann man auch lange definieren, aber grob gesagt ist es ja immer letztlich einer, ich glaube, der Dominikaner Pater Eberhard Welti, der schreibt so schön von einer biologisch-kulturell-geistigen Einheit. Ja, das finde ich einen schönen Begriff, also wo man, wo man alles drei hat sozusagen, man hat eine, man hat eine ethnische Gemeinsamkeit, ja, durch die, die gemeinsame, ähnliches Aussehen, durch eine gemeinsame Sprache und so weiter. Man hat eine geistige Einheit durch gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte und so weiter und man hat eine kulturelle Einheit, ja, durch dich, wo auch die Sprache natürlich rein kann, über die Religion, die, 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 die Kunst, die Literatur, Musik und so weiter, ja, Kleidung und Bräuche und so. Und diese Einheit, die kommt ja durch eine Ähnlichkeit und auch durch einen gemeinsamen Raum, in dem man lebt. Und das ist ja logischerweise, das kommt aus diesem organischen Zusammenwachsen der Familien. Also die Familien wachsen zusammen und irgendwann entsteht sozusagen das, was wir Volk nennen. Also eine große Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich sehr ähnlich sehen und die auch ganz praktisch oder auch ganz konkret tatsächlich miteinander, auch wenn über sehr, sehr viele Ecken und sehr, sehr entfernt, irgendwann auch wirklich miteinander alle irgendwo verwandt sind. Und deshalb ist, das ist ganz schön, deshalb ist sozusagen auch die Liebe zur Heimat im übergeordneten Sinne, also jetzt nicht nur auf das eigene Dorf bezogen, sondern auf das ganze Vaterland bezogen, auch letztlich eine Fortsetzung oder ein Bestandteil des vierten Gebotes. Das vierte Gebot heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wir kennen ja auch die Begriffe Vaterland und Muttersprache, da sieht man schon die Fortsetzung davon. Und weil sozusagen wir nicht nur mit unserem Vater, Mutter und unseren Geschwistern verwandt sind, sondern weil wir letztlich auch darüber hinaus verwandt sind, haben wir letztlich auch eine Verpflichtung oder auch eine soziale Anlage, eine natürliche Anlage dazu, auch diese Liebe und diese Ehre und diesen Respekt auch weiterzutragen auf einen größeren Rahmen, ja, auf die Menschen, die uns halt auch im weiteren Sinne verwandt sind, uns ähnlich sind. Und das ist eben letztlich das Volk daraus, das daraus herwächst. Ja, und sicher auch aus einem Stück Dankbarkeit, also weil wir auch was davon bekommen haben. Also bei deinen Eltern ist es offensichtlich, aber auch vom Vaterland ist es, denke ich, einsichtig, dass wir etwas bekommen haben von diesem Volk oder von dieser Einheit, dass wir profitieren können davon und gleichzeitig dann auch wieder etwas zurückgeben. Genau, genau. Also du sagst es sehr richtig, es ist immer so eine Wechselbeziehung, ähnlich wie bei der Familie ja auch. Also die Eltern geben uns bestenfalls eben Nahrung, sie geben uns Kleidung, sie geben uns die Sprache, ja, wie gesagt, sie bringen uns das Sprechen bei, sie bringen uns das Laufen bei. Weil wir kriegen Kleidung von ihnen, wir kriegen die ganze Erziehung, die ganze Bildung von ihnen. Und je älter wir werden, desto mehr natürlich wir auch reifen und Selbstverantwortung übernehmen müssen, desto mehr werden wir dann auch, ja, verantwortlich dafür, was zurückzugeben. Ja, bis ins hohe Alter vielleicht hinein, wo man das am schönsten veranschaulichen kann, wenn die Eltern vielleicht mal Selbstpflege brauchen und wir dafür dann erst nicht verantwortlich sind, dann unseren Eltern dann wieder das zurückzugeben, was wir ihnen, was sie uns gegeben haben, als wir klein waren. Und eben, weil ja sozusagen die Eltern ja quasi auch nur so die, oder die Familie, wie man es oft ja auch sagt, die Keimzelle ja auch dann der größeren Gesellschaft, auch des ganzen Volkes ist, so ist es in dem Fall ja auch, wie du sagst, wir kriegen dann ja, was kriegen wir von unserem Vaterland? Wir kriegen Identität, wir kriegen auch Sprache, wir kriegen Bräuche, Traditionen, wir kriegen eine Kultur, ja, wir kriegen ja auch einen Raum, in dem wir leben. Und das müssen wir dann auch natürlich irgendwo zurückgeben, ja, wenn es gefragt wird. Also wenn es, also das, so der ganz klassische Fall ist ja sozusagen dieses, der Kriegsfall, wo man dann sozusagen für die Verteidigung des Vaterlandes einspringt. Aber das ist natürlich auch hoffentlich ein seltener Fall, bestenfalls muss man den gar nicht erleben. Aber es hat ja auch viele Kleinigkeiten, ja, in denen man eben sozusagen auch Mitverantwortung trägt. Was passiert in meinem Dorf? Was passiert in meiner Stadt? Was passiert in meiner Region? Ja, was passiert in meiner Straße? Ja, so ganz, ganz simpel. Also das ist, das ist eigentlich ganz lustig, weil man auch gerade bei so Dingen wie Vaterlandsliebe so weiter immer so hochtrabende Dinge denkt. Aber es fängt halt bei so vielen Kleinigkeiten halt eben schon an, ja. Wie, wie sozusagen begegne ich den Menschen in meiner Nachbarschaft? Wie, 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 wie bringe ich mich vor Ort ein? Und da sehen wir auch diese wunderbare Verbindung von, von Familie und, und Volk. Und das ist ja letztlich eine ganz lange Kontinuitätslinie. Also einmal in der Gegenwart, weil wir logischerweise ganz, ganz viele Menschen haben, die da, die dazugehören. Sie ist auch eine überzeitliche Linie, weil da gehören die Menschen dazu, die da vor Jahrhunderten da gelebt haben. Und auch die, die in Jahrhunderten da leben werden. Also das ist letztlich so eine, auch so eine überzeitliche Kette. Das ist ganz, auch ein schönes Bild, finde ich. Aber man sieht da auch, dass man die Verantwortung auch nicht nur für die Leute hat, die jetzt leben, sondern auch gegen unseren, vor unseren Nachfahren. Ja, und, und aus diesem Volk heraus, wenn sich das eben politisch einigt, wenn sich das organisiert, dann kommt dann der Staat. Ja, also das sind, was du auch schon gesagt hast. Also der, ich habe hier ein schönes Zitat mitgebracht von, von Pierce dem Zwölften, Papst Pierce dem Zwölften. Er hat in einer Radiobotschaft 1944, zu Weihnachten 1944 gesagt, ähm, der Staat enthält in sich selbst keine amorphe Agglomeration von Individuen und führt sie nicht mechanisch in einem bestimmten Gebiet zusammen. Sie ist und muss in Wirklichkeit die organische und organisierende Einheit eines wahren Volkes sein. Gut, amorphe Agglomeration, so irgendwie unnötig komplex irgendwie ausgedrückt. Was er damit meint, das ist irgendwie keine diffuse Masse einfach von irgendwelchen sich Fremden oder irgendwie sich nicht irgendwie unähnlichen Individuen ist, sondern, und es ist auch irgendwie kein, der Staat ist irgendwie nicht so, dass er irgendwie die Menschen zusammenpresst oder zusammenzwingt, sondern der Staat muss sozusagen eben die, wie er sagt, das finde ich ganz schön, die organische und organisierende Einheit eines Volkes sein. Also es ist letztlich dann, wenn sozusagen eben aus den Familien, das Dorf, die Stadt und so weiter und dann die Region und dann irgendwann das Volk entwächst, also wenn man das jetzt mal in so einem zeitlichen Rahmen spannen will, und dann sagen die, ja, wir müssen uns eben zu einem Staat zusammenschließen, wir müssen uns politisch einigen, dann sozusagen erwächst daraus eben der Staat. Das ist jetzt idealtypisch so ein bisschen zeitlich aufgespannt. In der Praxis passiert das manchmal auch zeitgleich oder manchmal auch gar nicht. Es gibt ja auch Völker, die gar keinen Staat haben tatsächlich oder manchmal einen haben, manchmal einen nicht über die Geschichte hinweg. Aber das ist letztlich so der, deswegen ist der Staat, ist letztlich so die Krönung der weltlichen Gesellschaftsform. Also er ist sozusagen der Abschluss der oberste. Da findet sozusagen die gesamte politische Einheit ihren Abschluss sozusagen. Genau, das ist eigentlich das richtige Wort. Das ist vielleicht manchmal heutzutage gar nicht so einfach für uns Katholiken zu schlucken vielleicht, vielleicht die Erkenntnis, weil wir natürlich auch häufig eben vor Augen haben, wie die Staaten sich heute häufig verhalten. Also wenn sie, weiß ich nicht, schlechte Abtreibungsgesetze einführen oder irgendwie die Islamisierung befördern oder sicher Dinge tun, die auch gerade dem eigenen Volk oder auch der Kirche irgendwie überhaupt nicht zugute kommen, dann haben wir oft dadurch ein sehr negatives Bild vom Staat. Und der Staat kann natürlich auch, das haben wir auch in den letzten paar hundert Jahren ja oft auch gesehen, ja wirklich schlimme Dinge vollbringen. Aber er ist nicht in sich dadurch schlecht, ja. Also logischerweise, jeder Mensch kann ja auch schlechte Dinge tun, aber dadurch wird er nicht in sich schlecht, ja. Und auch der Staat ist letztlich eine von Gott gewollte, weil nämlich natürliche Einheit, zu die die Menschen zusammenfinden. Und dadurch können wir nicht einfach sagen, wir lehnen den Staat grundsätzlich ab, sondern wir können einen konkreten Zustand eines Staates oder eine konkrete Form des Staates und so weiter ablehnen. Aber da sozusagen nicht die Idee an sich, weil sie eben organisch erwächst aus den, letztlich aus den Familien. Aber gibt es denn jetzt in Bezug eben auf Staat von der Kirche aus gewisse Prinzipien, Leitfäden oder Empfehlungen, wie ein idealer Staat oder ein katholischer Staat aussehen könnte oder wie man in eine solche Richtung, ja, sich bewegen könnte? Ja, auch da, das finde ich immer ganz toll oder sehr faszinierend auch, da hat die Kirche auch sehr, sehr viel dazu geschrieben. Also wir finden schon beim heiligen Augustinus und auch bei vielen Kirchenvätern dazu einiges. Wir finden da natürlich vor allem auch in der mittelalterlichen Schlaste, natürlich vor allem bei Thomas McQueen, aber auch bei Albert den Großen oder bei heiligen Ansel von Canterbury und so weiter. Wir finden bei all den großen Philosophen und Theologen des Mittelalters da schon sehr, sehr viel. Auch bei vielen, die wir heute leider gar nicht mehr so wirklich kennen. Und das setzt sich dann so ein bisschen fort, ja. In Spanien ist im Spätmittelalter und der Renaissance die Spätschorlastik entstanden. Die Schule von Salamanca ist hier so ein Begriff und so weiter. Und dann kommen dann irgendwie großartige spanische Dominikaner und Jesuiten, Vitoria und Suárez und so weiter. Die machen dann auch, die forschen dazu auch. Also wirklich, also es ist wirklich ganz großartig zu sehen, dass die Kirche eigentlich über die gesamte Geschichte hinweg sich immer auch intensiv mit diesem Thema befasst hat. Und natürlich dann ganz besonders nochmal im 19. Jahrhundert, als dann sozusagen katholische Staaten oder das, was man, oder auch Staaten, die sich explizit, ja, die sich explizit auf die katholische Kirche beziehen, ja, großenteils auch schon untergegangen sind oder irgendwie im Angriff unter Feuer standen, könnte man sagen. Und dann auf einmal kommen viele Päpste wieder und auch Sozialphilosophen, Sozialethiker und so und sagen, jetzt müssen wir das nochmal auch auf diese moderne Welt nochmal neu beschreiben und erforschen. Und ich glaube, da kann man zwei Sachen erstmal grundsätzlich unterscheiden. Und einmal haben da die Vertreter der Kirche den Staat naturrechtlich beschrieben. Das heißt, sie haben erstmal gesagt, okay, was muss der Staat von Natur aus sein oder wie ist da überhaupt von Natur aus und was für Rechte hat, was für Pflichten hat und so weiter. Und dann nochmal speziell, was, wie ist dazu im Unterschied oder wie ist da als Fortsetzung besser gesagt, es nochmal, der Staat als katholischer Staat zu verstehen. Und ganz naturrechtlich gesehen, wie ich schon eben meinte, der Staat ist auch eine natürliche Einheit, er ist eine natürliche Institution, er ist nicht einfach durch einen Gesellschaftsvertrag zustande gekommen, wie das die Vertragstheoretiker wie Hobbes oder Rousseau behaupten. Also das ist tatsächlich, was wir heute in der Schule und Universitäten häufig bekommen. Und es ist ja nicht umsonst nur eine Theorie, es heißt, die Vertragstheorie. Und sie ist aber völlig fiktiv. Ja, also es gab nie einen Gesellschaftsvertrag, es gab nie in der Geschichte, vielleicht, gut, man muss dazu sagen, vielleicht wäre sowas wie die Eidgenossenschaften der Schweiz eines der ganz, ganz, ganz seltenen Beispiele, wo es wirklich mal ein Staat in der Hinsicht so wirklich auf einem Blatt gegründet wurde. Aber auch das ist letztlich ja nicht die erste staatliche Instanz auf dem Boden, die wir heute als Schweiz kennen, sondern vorher war das Heilige Römische Reich dann so. Also sozusagen Staat ist nicht einfach eine Erfindung von Menschen. Und es ist auch keine evolutionäre Entwicklung. Es ist auch nicht eben nur aus der Not heraus entstanden, sondern es ist eben eine natürliche, eine natürliche Fortsetzung aus der Familie letztlich heraus. Und das ist schon mal eben eine ganz grundsätzliche, glaube ich, Erkenntnis, die ganz, ganz wichtig ist. Und der Staat ist eben dazu da, um den Menschen ein Leben zu ermöglichen, indem sie ihre Bestimmungen erfüllen können. Das klingt ein bisschen abstrakt. Was heißt das? Also der Mensch ist ja zum Guten berufen. Ich habe vorhin schon gesagt, er ist ein soziales Wesen, er ist zur Liebe zu berufen. Der Mensch, Aristoteles sagt das ja auch schon, der Mensch ist dazu berufen, glücklich zu werden. Was nicht heißt, dass er nur Spaß haben soll, sondern was heißt eben, dass er seiner Natur entsprechen soll. Und wir wissen ja als Katholiken sozusagen, der Mensch muss, es gehört zur Natur des Menschen, auch Gott zu verehren. Weil selbst als Nicht-Katholik kann ich ja nur mit der Vernunft, kann ich erkennen, dass es Gott gibt und dass ich ihn verehren muss. Und das heißt sozusagen, es gehört zur Natur des Menschen, dass er Gott verehrt. Und dementsprechend gehört er auch zum Glück und zur Erfüllung oder zur Erreichung seines Ziels, des Menschen Gott zu erkennen und Gott zu verehren. Das ist ja auch im katholischen Katechismus dann schön ausgedrückt, gleich bei der ersten Frage, was ist das Ziel des Menschen auf Erden? Und da heißt es ja eben, dass wir ja auch eben Gott erkennen, Gott lieben sollen und dann letztlich in den Himmel dadurch kommen sollen. Und der Mensch sozusagen, es gibt so viele Einflüsse im Leben des Menschen, dass der Mensch nicht alleine imstande wäre, eben diese Aufgabe zu erfüllen, an dieses Ziel zu kommen. Das heißt, er braucht eben sowas wie die Familie, wie das Dorf und so weiter, diese Gemeinschaften auch. Und der Staat ist letztlich eben, wie ich schon sagte, der Abschluss dieser Gemeinschaften. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass sozusagen insgesamt Frieden herrscht, dass es Ordnung gibt, dass es ein Recht gibt, dass es Gesetze gibt, dass die Grenzen geschützt werden, und dass eben nicht jeder rein und raus kann, dass nicht eben jeder machen kann, was er will, sondern dass es eben eine Ordnung gibt. Und also Thomas Malkin sagt, Frieden ist die Ruhe in der Ordnung. Das ist eine schöne Beschreibung. Und genau dafür hat der Staat als letzte, oberste Instanz zu sorgen. Er ist nicht der Einzige, dafür zu sorgen hat, aber dass es letztlich die abschließende Instanz, die er zu sorgen hat. Und das heißt, dass der Staat natürlich bestimmte Dinge hat, die er nicht tun sollte, wo er bestimmte Bereiche hat, die er nicht eingreifen sollte. Das ist dieses sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Also das ist ganz wichtig, das den Staat betrifft. Also er hat sozusagen nur die Aufgaben zu erfüllen, die ihm zukommen. Und alle Gemeinschaften, die unter ihm sind, die haben die Aufgaben zu erfüllen, die ihnen von Natur aus zukommen. Hast du da ein konkretes Beispiel dafür? Ja, das beste Beispiel dafür ist mit der Familie. Das ist auch das aktuellste Beispiel. Man kann es auch an anderen Beispielen festmachen, aber das Subsidiaritätsprinzip erkennt man am besten an der Familie. Und zwar, die Familie hat von Natur aus die Aufgabe, die Kinder zu erziehen. Und der Staat oder auch die oberen Gemeinschaften, auch das Dorf, die Stadt und so weiter, oder auch Berufsstände oder so was für Gemeinschaften auch alle gibt, die dürfen nicht einfach sozusagen der Familie da reinreden oder da mitmischen sozusagen, weil es eben eine Aufgabe ist, die den Eltern von Natur aus zukommt. Aber es ist auch eine Pflicht. Das ist nicht nur ein Recht, sondern es ist auch eine Pflicht. Das heißt, wenn die Eltern diese Pflicht grob oder schwer verletzen, dann darf die höhere Instanz einschreiten und kann sagen, Moment mal, Moment mal, die macht doch was falsch. Es muss aber klare Gesetze und Regeln dafür geben, das kann ja auch keine Willkür dann sein. Und wenn das sozusagen gewährleistet ist, also dieses Prinzip der Subsidiarität, dass sozusagen jede Ebene die Aufgaben erfüllen kann, die ihr zukommen und nur dann eingegriffen werden davon oben, wenn diese Aufgaben schwer verletzt sind. Und bei der Kindererziehung sieht man das am besten, gerade weil das heute so stark angegriffen wird. Ich meine, heute reden ganz, ganz viele Staaten den Familien in der Erziehung rein. Also es gibt Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, die verbieten Heimunterricht. Es gibt ganz viele Staaten, die schreiben sozusagen vor, dass man in den Kindergarten muss. Es gibt Staaten sozusagen, die benachteiligen Familien darin, dass sie ihr Kind vielleicht zu Hause erziehen wollen und nicht in den Kindergarten geben wollen. Es gibt Staaten sozusagen oder auch Kultusministerien, jetzt gerade auch in der Bundesrepublik Deutschland, die schreiben sozusagen den Schulen und den Kindergärten bestimmte Inhalte, gerade beim Thema Sexualerziehung vor, die aber den religiösen Werten und Überzeugungen gerade auch vieler Christen, jetzt auch verschiedener Konfessionen, wirklich komplett widersprechen. Aber sie verletzen letztlich das Erziehungsrecht ganz, ganz vieler Eltern auf so vielerlei Ebene. Aber es wäre dann ein schwerwiegender Grund vom Staat, um einzuschreiten. Also beispielsweise, du hast jetzt in Heimschulungen oder in Amerika auch sehr populär eben das Homeschooling angesprochen. Hier könnte man ja auch sagen, wenn der Staat den Verdacht hat, dass die Eltern halt nicht das ganze Wissen mitgeben oder ein sehr verzerrtes Wissen mitgeben, weil da ist natürlich auch, je nach Bildung der Eltern, das sehr stark unterschiedlich vielleicht geprägt, dann wann darf der Staat eingreifen oder wann wäre es so notwendig, dass jetzt hier jemand sagt, Moment, die Kinder müssen an eine staatliche Schule, weil sonst wird das mit der Bildung nichts. Also ich kann das leider jetzt nicht komplett im Detail beantworten, weil diese ganz konkrete Ausgestaltung auch dieser Gesetze oder dieser Regeln ist auch immer ein bisschen davon abhängig, was sind die aktuellen Herausforderungen und in welchen Umständen leben wir, auch von der Kultur, von den Traditionen in dem jeweiligen Land. Ja, klar. Weil generell, das ist auch, was Leo XIII. sagt, es gibt generell, generell hat ein Volk letztlich auch die Freiheit, bis zu einem gewissen Sinne, sich zu einer Regierungsform selbst zu geben, sofern sie eben dem Gemeinwohl, das ist das, dem Ziel, dem Zweck des Volkes und auch des Staates dient, aber auch der Gerechtigkeit dient. Also solange die Staatsform in sich gut ist, können die Völker sozusagen das sich selbst wählen. Thomas McQueen und auch viele Vertreter der Kirche haben zwar auch sehr klare Empfehlungen und sehr klare Vorstellungen davon, wie die besten Regierungsformen aussehen. Also bei Thomas McQueen ist das Aufbauend auf Aristoteles so ein bisschen, könnte man knapp sagen, so eine Mischform mit einem König an der Spitze und dann einer Aristokratie und dann einer demokratischen Wahl auf der regionalen Ebene, was auch stark im Heiligen Europäischen Reich verwirklicht, aber sozusagen Leo XIII sagt nochmal, sozusagen die Völker haben an sich erstmal diese Freiheit, das zu wählen. Und so ist es bei diesem ganz konkreten Fall mit der Familie auch. Da sind dann bestimmte konkrete Gesetze ausformuliert, die das dann ganz im Detail regeln. Wichtig ist, und das ist halt eben bei der Kirche oft so oder immer so, auch die katholische Soziallehre, sie legt Prinzipien fest. Sie benennt, oder sie legt sie nicht fest, sie erkennt Prinzipien in der Natur des Menschen und sie formuliert sie aus. Und die müssen dann konkret angewandt werden. Jetzt bei dem Kindesentzug, das ist natürlich ein wahnsinnig heißes Thema. Das wird ja auch heute, gerade auch in der Bundesrepublik Deutschland oder auch gerade in Norwegen, ganz, ganz oft wirklich missachtet. Also da wird wirklich viel zu oft, viel zu früh und viel zu schnell eingegriffen. Wobei es auch absurderweise dann wiederum Beispiele auch in der Bundesrepublik gibt, wo man bei Kindesmissbrauch irgendwie wahnsinnig spät und überhaupt nicht eingegriffen hat. Das ist wirklich sehr paradox, weil es da auch einige systemische Probleme mit dem sogenannten Jugendamt und so weiter gibt. Also das sind dann so, aber auch sehr, sehr komplizierte Themen. Also im Grunde ist das Prinzip so, dass eigentlich auch, wie die Kirche das auch gerade bei Thomas teilweise schon gelehrt hat, dass die Kirche eigentlich den Eltern sehr, sehr viel Freiheit dazu gesteht, beziehungsweise ihnen dieses Recht, ihre Kinder zu erziehen, sehr auch weit und großzügig auf jeden Fall auslegt. Also beispielsweise sagt Thomas, ein Staat, auch ein katholischer Staat, dürfte jetzt einer nicht-katholischen Familie die Kinder nicht entziehen, nur weil die Kinder dort keine katholische Erziehung bekommen. Also das sozusagen, das Eltern, das Recht der Eltern, das natürliche Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder ist in dem Fall so wertvoll und so wichtig, dass der Staat jetzt nicht eingreifen kann, wenn er sieht, ah gut, die werden jetzt irgendwie, weiß ich nicht, muslimisch oder protestantisch oder so erzogen. Also das wäre zum Beispiel kein Grund. Soweit ich es richtig verstehe, wären zum Beispiel Gründe dann wirklich Dinge, die ja auch da, die ja wirklich einen schweren physischen oder psychischen Missbrauch auch darstellen. Also die wirklich auch da nicht nur das Leben bedrohen, das wäre natürlich dann schon sehr weitgehend, aber auch schon vorher sozusagen, die wirklich das gesunde Aufwachsen des Kindes, das dann auch zu seinem eigenen Glück führt oder in dem Fall, das dann das Glück verhindern würde, auch des Kindes, ja, wenn das schwer beeinträchtigt wäre. Also eine große Achtung vor der Einheit der Familie und eben so viel Verantwortung wie möglich in diesen Einheiten lassen. Und was ich auch sehr wichtig finde, was du sehr schön angesprochen hast, ist in, also die Kirche argumentiert in Prinzipien. Das ist wirklich, in Prinzipien argumentieren ist ja etwas, das heutzutage sehr fehlt, also unsere Politiker dürften auch ruhig mehr in Prinzipien argumentieren und sich auf Prinzipien berufen. Also das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht, wenn wir nochmal ganz kurz auch in die Geschichte, du hast es vorher schon angesprochen, ins 18., 19. Jahrhundert mit der ganzen Industrialisierung hat sich das ja nochmal rapide geändert, auch die ganze soziale Frage kam ja da auf. Vielleicht wollen wir auch auf den Punkt nochmal kurz zu sprechen kommen, weil da ja auch die Päpste dann stark reagiert haben und halt mit ihren Erzüglichen auch eben wieder mit Prinzipien argumentiert haben. Und vielleicht da ganz kurz kannst du nochmal für alle Zuhörer kurz zusammenfassen, um was ging es da bei der sozialen Frage und was war genau die Problematik beziehungsweise was für verschiedene Strömungen sind daraus entstanden und was haben die Päpste geantwortet? Ja, sehr gerne. Das ist, wie du richtig sagst, das ist eigentlich so die eigentliche Geburtszeit der katholischen Soziallehre im engeren Sinn gewesen im 19. Jahrhundert. Also natürlich, wie ich vorhin schon sagte, es gab schon zu allen Zeiten der Kirchengeschichte oder sagen wir mal auf jeden Fall ab der Spätantike eben sehr, sehr viele philosophische, theologische Beschäftigung mit dem Thema, aber sozusagen als dann wirklich die ganze katholische Gesellschaftsordnung zusammengebrochen ist in Europa im Zuge der Philosophie der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, im Zuge der französischen Revolution, wo das da ganz konkret politisch wurde, wo dann letztlich die katholische Monarchie hinweggefegt wurde, auch sehr brutale Weise und auch dann nicht wiedererrichtet wurde. Also es gab ja dann diese so Pseudo-katholische Monarchen dann auch und so, aber es war dann, es war sehr, sehr viel zerstört. Und dann kam im Zuge der Entwicklung auch der Dampfmaschine und auch der technologischen Entwicklung die sogenannte Industrielle Revolution. Und die Industrielle Revolution hat eben in ganz, ganz vielen Ländern Europas auch zu ganz großen sozialen, wirtschaftlichen Verwerfungen geführt. Ja, also es gab eine wahnsinnige Massenarmut in ganz, ganz vielen Landstrichen in Europa. Ja, viele Bauern hatten auf einmal keine Arbeit mehr, mussten die Städte ziehen, um dort irgendwie in neuen Fabriken zu arbeiten. Oft mussten dann auch die Frauen und Kinder in diesen Fabriken arbeiten. Die Städte sind explodiert, ja, auf einmal vor Bevölkerung und die mussten deswegen oft auch in sehr prekären, sehr, sehr armseligen Situationen hausen. Also es war wirklich, es war auch nicht in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. Also in England war das viel, viel krasser als in Deutschland. Aber generell könnte man sagen, hat diese Welle schon den größten Teil von West- und Mitteleuropa eigentlich betroffen, eben wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Und diese große soziale Not, die auf einmal aufgetreten ist und generell auch diese Verwerfungen und Umwälzungen, die auf einmal die gesamte Gesellschaft eben betroffen haben, die haben ja auch dazu geführt, dass eben auch Familien zerrissen sind, dass alte Strukturen komplett zerbrochen sind und auch dementsprechend natürlich auch dann auch wieder Staaten kaputt gegangen sind. Wir haben die ganzen Revolutionen in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und natürlich kann die Kirche dann nicht stumm bleiben, weil das betrifft ja auch sie und das betrifft eben die gesamte Gesellschaft. Und wie ich schon sagte, die Kirche beschäftigt sich mit solchen Dingen auch. Und es gab dann zwei Reaktionen, könnte man sagen, von der kirchlichen Seite. Einmal, die war ganz praktisch, die kam eigentlich interessanterweise zuerst. Also es war erst eine praktische Reaktion, bevor die theoretische Ausarbeitung nochmal kam, in der Regel. Und zwar gab es dann relativ viele Priester, aber auch generell auch katholische Laien, die haben auf einmal angefangen, auf diese soziale Not zu reagieren. Ganz bekannt beispielsweise im deutschsprachigen Raum ist der Priester Adolf Kolping. Der hat 1850, wenn ich es richtig im Kopf habe, den katholischen Gesellenverein gegründet, den Gesellenhospize für Handwerker auf Wanderschaft gegründet. Wir haben den auch in Deutschland sehr bekannten sogenannten Arbeiterbischof Freiherr von Ketteler aus Mainz, der den katholischen Arbeiterverein mitgegründet hat, der dann auch die Zentrumspartei mitgegründet hat und auch selbst Reichstagabgeordneter war. Und ja, wir haben hier eine ganze Menge an, eben wie gesagt, Priestern und Laien, die sich auf einmal dann eben für die Arbeiter, für die Bauern, also gerade für diese beiden Stände, eben sehr, sehr stark eingesetzt haben. Also eben durch Vereine, durch Bildung dieser Schichten, durch Armenspeisungen, durch zum Teil auch, das hat ein Lehrer namens Breuer auch gemacht, der hat so Spar- und Darlehensvereine gegründet, wo dann sozusagen auch verarmte Arbeiterfamilien Kredite bekommen haben, zinsfreie und so weiter. Also das war, das war wirklich eine unglaublich ausgereifte, unglaublich detaillierte, praktische Antwort auf die soziale Frage, um eben die Not der Menschen zu lindern. Und dann, also wie gesagt, teilweise zeitgleich, aber dann auch eben vor allem dann auch ein paar Jahre und Jahrzehnte später, so dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem, haben dann die Päpste und auch ganz, ganz viele Priester angefangen, eben das auch theoretisch auszuformen. Sie haben jetzt die Frage gestellt, okay, was sind, was müssen wir ändern in unserer Gesellschaft, dass wir eben keine Krise politisch oder wirtschaftlich oder sozial nach der anderen haben, sondern dass wir eine stabile, eine, eine auf die Kirche, auf das Vaterland, auf die Familie ausgerichtete Gesellschaftsordnung haben, die Ruhe hat, die Ordnung hat, die einen Ausgleich hat, wo auch ein gewisses Gleichgewicht herrscht, wo nicht irgendwie die einen extrem armen, die anderen extrem reich sind, wo es eine gewisse Balance gibt, wo Menschen auch die Möglichkeit haben, für sich und ihre Familien auch Eigentum zu erwirtschaften, wo weder sozusagen die Profitgier mancher Unternehmer noch sozusagen die, die, die Machtgier mancher Staaten sozusagen irgendwie auch, auch die verschiedenen kleineren Gemeinschaften unterdrückt. Und diese ganzen Fragen haben dann letztlich vor allem ihren ersten Höhepunkt gefunden in der Enzyklika Rerum Novarum von, von Papst Leo dem 13. in den 1880er Jahren, die wirklich eine ganz große, man könnte sagen, eine richtige sozial leere Welle irgendwie ausgelöst hat, denn auf einmal waren irgendwie, war so wirklich die Antwort da der Kirche auf die soziale Frage. Natürlich hat die nicht, hat diese Enzyklika nicht alle Fragen beantwortet, die es gab, aber sie hat letztlich, wie du auch schon dann nochmal schön gesagt hast, sie hat bestimmte Prinzipien klar gemacht, hat die nochmal verdeutlicht, die zum Teil auch schon vorbereitet wurden von anderen Priestern, auch gerade Bischof Kettele hat ja auch viele dazu beigetragen. Und dann auf einmal hatte man diese lehramtliche Aussage und dann hat das letztlich dann natürlich nochmal weiter dazu geführt, dass auf theoretischer, wie auf praktischer Ebene die Kirche und auch eben Laiengruppen dann eben in diesem Bereich gewirkt haben. Ja, kurze Frage dazu, die Enzyklika Rerum Novarum, wann ist denn die rausgekommen? Ich glaube 1891. Ja, und könntest du kurz noch ausführen, eben Rerum Novarum, was war denn jetzt neu in dieser Enzyklika? Ja, also natürlich ganz streng genommen war natürlich nichts Neues, weil die Kirche natürlich nichts Neues erfindet, wenn ich so spitzsindig sein darf, weil sozusagen sie ja immer auch eben, wie gesagt, anknüpft an das Naturrecht und an die Tradition. Aber durch diese Anwendung war natürlich etwas Besonderes. Also und zwar, weil man eben vor allem auf diese aktuelle Situation eingegangen ist. also der Papst Leo XIII. erklärte eben, es gibt diese wirtschaftlichen Missstände, unter anderem, die durch die Profitgier vieler Unternehmer irgendwie entstanden ist, die viele Arbeiter und Bauern und auch viele Familien ausgebeutet haben und die letztlich nicht auf die Familien und auf die einfachen Menschen Rücksicht genommen haben, sondern die letztlich wirklich ausgequetscht haben wie Zitronen, um mal so platt zu sagen. Und dann ist in der Reaktion darauf eben der Sozialismus entstanden und der Sozialismus verführte die Menschen aber dazu oder wiegelte die Menschen auf, zur Revolution gegenüber allen Beständen, gegenüber dem Staat und so weiter. Das heißt, wir hatten hier so eine schlechte Aktion und eine schlechte Reaktion und der Papst beschreibt das und erklärt dann eben, gut, wir brauchen aber eigentlich eine katholische Reaktion drauf. Wir brauchen letztlich die Möglichkeit Eigentum zu bilden. Wir brauchen die Möglichkeit eben die Spaltung der Gesellschaft in Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder in Arbeit und Kapital sozusagen wieder aufzulösen, wieder zurückzuführen in eine einheitliche ja eine einheitliche Ordnung. Das ist so ein Stichwort in der Soziallehre ist da die sogenannte Entproletarisierung. Also das ist so, dass eben wir nicht mehr diese Klassen haben, die gegeneinander kämpfen. Und das sehen wir sowohl im Kapitalismus als auch im Sozialismus ist diese Begrifflichkeit da ja, dass man die die Besitzenden und die Besitzlosen sozusagen und die Kirche will nicht, dass sie gegeneinander aufgewickelt werden, sie will letztlich, dass das zusammengeführt wird in gewisser Weise. Ich versuche diese zwei Seiten zu harmonisieren, aber wie genau soll denn das geschehen oder wie kann man ja diesen Klassenkampf vermeiden? Also das Interessante ist ja, dass die Soziallehre generell ja sowohl den Kapitalismus als auch den Sozialismus in auch in jeweils in ihren verschiedenen Spielarten sehr stark kritisiert. Also beim Sozialismus dann natürlich auch in der Endstufe des Kommunismus natürlich, der besonders scharf auch verurteilt wurde. Aber es ist so, dass beide Wirtschafts- und Gesellschaftsformen nicht wirklich gegensätzlich sind, wie man das oft so wahrnimmt. Auch wenn die gegeneinander gekämpft haben, dann im Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts sind die eigentlich, basieren die auf den gleichen Prinzipien. Und zwar der Sozialethiker und Pfarrer Emil Mula beschreibt den Liberalismus, die Philosophie des Liberalismus als den gemeinsamen Vater. von Kapitalismus und Sozialismus. Und zwar der Liberalismus sagt, ganz, ganz grob gesagt, dass der Mensch sich eben von diesen ganzen Bindungen und Beziehungen, in die er, wie wir am Anfang ja auch schon besprochen haben, ja von Natur aus reingestellt ist und von denen soll er sich lösen, von denen soll er sich freimachen, soll er unabhängig sein. Er verspricht dem Menschen eine falsche Freiheit, ja im Grunde. Und dadurch löst er alles auf, alle natürlichen Bindungen. Und das sehen wir ja gerade auch im 19. Jahrhundert, ja, wenn letztlich die Familien zerstört, also teilweise auch schon zerstört werden, wenn die Berufsstände zerstört werden, die Genossenschaften, die Innungen, die Zünfte, die Gilden und so weiter, wenn Vereine kaputt gehen, wenn das Landleben zusammenbricht und wenn dann auch Staaten durch Revolutionen kaputt gehen. Und diese Auflösung, da sozusagen gibt es dann eben diese zwei Ausrichtungen. Die eine sagen, ja wir setzen jetzt sozusagen komplett, das ist ja auch sehr vereinfacht gesagt, wohlgemerkt, auf den Staat und sozusagen auf die komplette Kontrolle des Staates. Das sind dann letztlich ja verschiedene Ausprägungen des Sozialismus, wobei da, wie gesagt, da mangelnde Differenzierung vor, vielleicht gibt es ja auch dann die Anarchisten, die wollen gar keinen Staat und auch die Kommunisten sagen, es gibt eigentlich eine herrschaftsfreie Gesellschaft, aber das ist de facto ja nicht so unser, also wir reden hier ja alles sehr vereinfacht, wohlgemerkt, ja das ist auch, in so einem Podcast natürlich nicht anders möglich. Und im Kapitalismus wird sich komplett auf den Markt gesetzt, ja und komplett sozusagen, der Markt angeblich würde nach freien Naturgesetzen funktionieren und wäre völlig losgelöst von einer Gesellschaft und das ist aber auch irrig, ja weil der Mensch letztlich immer hineingestellt ist mit allem was er tut, nämlich auch mit seinen Wirtschaften, mit seinen politischen Handlungen immer in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft hineingestellt ist. Und diese, diese, ja diese beiden Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, die führen letztlich dazu, dass diese gesamten natürlichen Gemeinschaften immer weiter abgebaut werden und dass damit letztlich auch der Mensch immer nackter und immer hilfloser und schutzloser vor diesen großen, ja zum einen beim Kapitalismus vor den großen Konzernen und beim Sozialismus dann auch vor dem allmächtigen Staat eben gegenüberstehen und sie können sich dagegen gar nicht wehren. So, das ist vielleicht so ganz grob zusammengefasst so die Kritik, ja und die Kirche sagt eben, wir brauchen nicht einfach irgendwo so eine Mitte dazwischen, sondern wir brauchen etwas, etwas was den Menschen sowohl in seinem individuellen Charakter als auch in seinem sozialen Charakter berücksichtigt und dadurch sozusagen auch die ganzen Gemeinschaften berücksichtigt und schützt, in die der Mensch hineinwächst, also die Familie, die eben die Dörfer, die Gemeinschaften, die Städte, die Berufsstände, die ganzen Vereine, die Bruderschaften, geistliche Natur auch zum Teil, bis hin zum Staat, ja und dieser Lösungsansatz, der wurde dann vor allem in der Nachfolge von Rerum Novarum, vor allem bei Pius XI, in Quadragesimo Anno von 1931 beschrieben und er nannte das berufsständische Ordnung. Ich kann das auch nur ganz, ganz kurz skizzieren, also das ist eben, wie ich eben schon meinte, das ist letztlich der Aufbau einer Gesellschaft, in der ein großer Teil von wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen, die auch gerade das Berufsleben betreffen und damit dann nicht nur wirtschaftliche Fragen, sondern auch ganz viele soziale Fragen und kulturelle Fragen betreffen, dass die sozusagen in den sogenannten Berufsständen geklärt werden. Also nicht vom Staat einerseits, aber auch nicht vom Markt andererseits. Also sie werden sozusagen auf einer Ebene geklärt, die auch sehr lokal ist zum Teil, die sehr nah am Menschen ist, dadurch auch einen sehr starken sozialen Aspekt hat, aber sozusagen auch eben nicht irgendwie der Kontrolle von der einen oder der anderen Seite unterworfen ist, sondern letztlich eine Institution ist, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenfinden sollen. Wäre das so etwas wie eine Gewerkschaft oder ist es doch nochmal abzugrenzen? Das ist eine gute Frage, weil es nämlich tatsächlich davon abzugrenzen ist, weil eine Gewerkschaft ja in erster Linie die Interessen von Arbeitnehmern vertritt. Und der Berufsstand sagt eben, wir wollen diese Spaltung eben nicht in Arbeitnehmern, Arbeitgeber oder in Arbeit und Kapital. Also es gibt so Unterscheidungen, aber wir wollen diese Leute zusammenfinden in einem Berufsstand, der dann so Dinge klärt wie soziale Absicherung, wie Berufszulassung, Berufsverbot und ganz, ganz viele betreffende Fragen, die entweder in manchen kapitalistischen Gesellschaften einfach komplett dem Markt und damit auch dem Unternehmen und damit auch letztlich dann leider oft auch der Profitgeber überlassen werden oder die in nicht nur sozialistischen Gesellschaften, sondern ja auch in Gesellschaften wie jetzt Bundesrepublik Deutschland und so weiter ja auch dann dem Staat überlassen werden sozusagen. Also das heißt der Berufsstand und so hatten wir es zum Teil auch im Mittelalter mit den Zünften sehr, sehr stark ist letztlich eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die eben sich in der der Mensch sozusagen daran mitwirken kann am Berufsleben und damit wie gesagt nicht nur am wirtschaftlichen Aspekt daran, sondern an etwas, was ihn ja ganz wesentlich betrifft. Ja, der Beruf macht ja so einen wichtigen Teil des Lebens aus. Es ist nicht nur Geld, das man damit verdient, es stiftet Sinn, es gibt Identität, man hat damit sind verbunden, also heutzutage zwar weniger, aber damals vor allem auch viele Bräuche verbunden, damit sind verbunden Feste, damit in der katholischen Gesellschaft waren damit Schutzpatrone und Wallfahrten und so weiter verbunden, ja, im Mittelalter waren ja Zünfte und so weiter, auch oft haben die oft Kooperationen gehabt, auch mit Orden, die dann für die gebetet haben und man hat die dann unterstützt und wie gesagt, es gab halt eine soziale Absicherung und das ist wie gesagt sehr, sehr grob gefasst, aber Pius XI. hat das dann 1931 in dieser Enzyklika so beschrieben und hat damit eben auch nochmal, ähnlich wie Rerum Novarum, so eine wirkliche, da auch so eine Welle ausgelöst, ja, dann gab es auf einmal wirklich ganz, ganz viele Schriftsteller, aber auch Politiker oder Bewegungen, die haben gesagt, hey, das müssen wir irgendwie umsetzen. Klar, dann kam halt eben natürlich Zweiter Weltkrieg und auch die ganzen Zerstörungen dadurch und dann die ganze Neuordnung Europas und so weiter und dann war diese Idee, wurde zwar nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal aufgegriffen, aber dann hat sich die ganze Arbeitswelt verändert, hat sich die Wirtschaft verändert und dann ich behaupten würde, sie ist eigentlich wie der Recht aktuell, weil wir heutzutage eine neue soziale Frage haben. Gab es denn andere Leute, also du hast schon eben angesprochen, dass die Reaktionen darauf von katholischer Seite sehr positiv waren. Wie waren denn Reaktionen aus anderen Gebieten? Haben Sozialisten, Kapitalisten darauf reagiert? War das für die, haben die das als Gefahr gesehen für ihre Ideologie oder wie waren da die Reaktionen? Also es gibt natürlich einen Vorwurf, der von verschiedenen Seiten gemacht wurde, dass diese Idee der berufsständischen Ordnung halt einfach irgendwie mittelalterlich und damit irgendwie abzulehnen sei. Also das ist so ein Vorwurf, den gibt es ja eigentlich im Grunde bis heute, wenn man das Thema, also das wird ja heute nicht wirklich groß diskutiert, wir sprechen heute darüber, was sehr schön ist, aber auch bis heute sozusagen sagen viele, ja, das ist irgendwie völlig veraltet, wobei ja auch da Pius XI. nicht irgendwie sagt, wir müssten genau das herstellen, wie es im Mittelalter war, sondern er stellt auch Prinzipien vor. Und eben, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, das ist das, man will nicht in das Rad der Zeit zurückdrehen, sondern man muss mit diesen Prinzipien versuchen, eine zeitgemäße Anwendung zu finden. Das ist ja sehr schwierig, wenn man sich einen Text aus 1931 durchliest, weil man eben sieht, wie wahnsinnig drastisch sich die gesamte Wirtschafts- und auch Sozial-, also dieses Wirtschaftsleben und die Sozialwelt und die Politik und so weiter verändert hat seitdem. Aber ich glaube trotzdem, wenn man diese Prinzipien sich im Kern einfach mal nochmal durchdenkt, dass man sie schon auf die heutige Zeit auch anwenden kann. Und dadurch ist dieser Vorwurf, dass das alles irgendwie rückständig sei, den es eben von verschiedener Seite gab, meines Erachtens irgendwie auch ziemlich billig. Man muss schon ein ernstes Argument da finden. Klar, ansonsten gab es natürlich auch Kritik, die ernster war. Wie gesagt, es gibt Leute auch bis heute, das ist ja auch in katholischen Kreisen, die hängen eher libertären und kapitalistischen Ideen an und die sagen dann, ja, das sei ja sozialistisch. Was es aber nicht ist tatsächlich, weil man eben nicht dem Staat die ganze Macht überträgt, sondern die Berufsstände haben das. Und dann, klar, ich kenne diese Kritik zwar nicht, aber man könnte theoretisch eher von sozialistischer Seite nicht kritisieren, dass das irgendwie zu viel Freiheit und Eigenverantwortung vielleicht für die unteren Ebenen sei. Und diese Kritikpunkte gab es und gibt es, wie gesagt, auch manchmal. Aber ansonsten war eigentlich auch in teilweise nicht katholischen Kreisen damals auch gerade eine recht positive Resonanz auch zu verzeichnen. Ja, also man hatte schon auch zum Teil manchmal in manchen protestantischen Kreisen ja, oder auch in jetzt nicht besonders religiösen politischen Kreisen nach der Enzyklika Leute, die gesagt haben, ja, so eine Art ständische Idee, das wäre irgendwie attraktiv. Aber diese wurden dann auch zum Teil sehr unterschiedlich ja, ausformuliert. Ja, also die Mittelalter-Käuter, die wird ja gerne geschwungen, also der ist nicht neu. Aber ich finde es schon eine große Herausforderung, gerade heutzutage das anzuwenden, weil ja Berufsfelder oft heute ineinander vermischen und ja, gar nicht mehr so klar definiert sind, wer macht was und ja, darum nach sicher auch eine große Herausforderung sind, wie man genau diese Einheiten dann organisieren würde. Aber das Prinzip ist auf jeden Fall interessant. Ja. Also ich finde auch in Bezug auf, ich habe ja die beiden Enzykliken auch noch gelesen. Sehr gut. Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich bin zwar trotzdem noch sehr überfordert mit den ganzen neuen Begrifflichkeiten oder eben auch in diesen Prinzipien zu denken, aber ein schönes Zitat fand ich auch jetzt von Papst Bius XI, gerade in Bezug auf Eigentum, weil das ja auch so ein Streitpunkt ist zwischen Kapitalisten und Sozialisten beziehungsweise dann Kommunisten, die das dann ja, ja darin schon ein Problem sehen und die Kirche sagt ganz klar, dass der Mensch halt ein Recht auf Eigentum hat, aber Papst Bius XI schreibt hat, auf der einen Seite führt die Leugnung oder Abschwächung der Sozialfunktion des Eigentumsrechts zum Individualismus oder mindestens in seine Nähe und auf der anderen Seite treibt die Verkennung oder Aushöhlung seiner Individualfunktion zum Kollektivismus und lässt wenigstens dessen Stattung bedenklich streifen. Also eben, er sagt, es gibt sozusagen Eigentumsrecht, aber auch irgendwo eine Pflicht zu einer sozialen Funktion, also dass man halt immer noch auf ein Gemeinwohl hingerichtet ist. Das finde ich tatsächlich ein sehr schöner und sehr wichtiger Gedanke auch. Ja, kann ich völlig zustimmen. Das ist auch, wenn man das vielleicht kurz ergänzen kann, also du hast völlig gerecht, der Satz ist sehr schön und der bezeigt auch nochmal, dass die katholische Soziallehre, wie sie von den Päpsten und auch dann von vielen Theologen formuliert wurde, sehr balanciert ist. Sie ist sehr ausgewogen. Also sie entspricht nicht, sie entspricht sehr stark der menschlichen Natur und der Natur auch und dem Wesen auch von den ganzen natürlichen Gemeinschaften. Sie ist eben nicht so eine starre Idee, die man irgendwo am Reißbrett entworfen hat. Sie ist keine Utopie oder auch Dystopie, die man irgendwo einfach mal so niedergeschrieben hat. Sie ist irgendwie nicht von irgendeinem verrückten Denker irgendwie um drei Uhr morgens irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mal so niedergeschrieben worden, sondern sie entspringt wirklich der Natur des Menschen und auch der geschichtlichen Erfahrung. Und das ist das Schöne auch dran. Also deswegen, die katholische Soziallehre ist eben weder kapitalistisch noch kollektivistisch, wie du gerade gesagt hast. Also sie ist sozusagen weder befürwortet sie sozusagen alles, was den Staat, alle Eingriffsrechte des Staates, aber sie lädt den Staat auch nicht komplett ab. Beim Markt ist es ähnlich. Also es ist sozusagen eine wirklich, ja, es ist eine wirkliche Fokussierung darauf, dass jeder Mensch, aber auch jede Gemeinschaft, jedes Ding den Platz bekommt, der ihm von Natur aus zusteht und dementsprechend auch die Aufgaben, die Rechte und die Pflichten bekommt, die ihm von Natur aus zustehen. Und das sehen wir dann auch in der ganzen Wirtschafts- und Sozialordnung, ja. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die man dann auch sozusagen auch aus dieser Lektüre, auch wenn man die vielleicht, das wäre recht, ich habe es auch mehrfach gelesen, auch wenn man das gerade beim ersten Mal lest, vielleicht noch nicht so hängen bleibt, aber man muss halt dann nochmal dazugreifen. Aber auf jeden Fall sehr schön und wie gesagt, ich kann es eben nur empfehlen, die Entzücklinge auch zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen, jeden Katholiken eine wichtige Aufgabe ist, sich auch mit der Gesellschaft als solches auseinanderzusetzen. Nun, jetzt ist es ja so, dass wir zwar darüber theoretisieren können oder darüber diskutieren können, nur finden wir diese Gesellschaft ja noch nicht vor. Also was kannst du jetzt Katholiken, ganz besonders vielleicht auch jungen Katholiken empfehlen, was wir tun können, um in diese Richtung hinzuarbeiten oder einfach auch sonst aktiv zu werden in der Gesellschaft, die vielleicht noch nicht ganz diesen Präzipien entspricht. Das ist ein riesiges Fass natürlich und da kann man auch nur ein paar Punkte natürlich nennen. Das Theoretische ist, glaube ich, sehr wichtig, weil man sozusagen dadurch die richtigen Prinzipien kennenlernt, aber natürlich ist es nicht jedem gelegen oder nicht jeder mag das oder jeder liest das gerne, wobei ich trotzdem sehr empfehlen kann, so Dinge wie Rerum Novarum Quartal de Simo Anno zu lesen, aber vielleicht auch, ich habe vorhin Eberhard Welty oder Emil Müller oder Jakob Fellermeyer, das sind auch so Priester, die dazu einiges geschrieben haben, die sich auch lohnen, mal nachzusehen. Also es lohnt sich schon, da auch sich weiter zu bilden natürlich, um diese ganzen Dinge erstmal kennenzulernen. Wir haben ja hier innerhalb von kürzester Zeit so einen Schnelldurchlauf gemacht durch eine riesige Zahl an doch relativ dann auch, wenn man es erst mal hört, komplexen Themen zugegebenermaßen. Aber ich glaube, man kann auch unabhängig von der Theorie schon auch ganz praktisch bestimmte Dinge tun, die vielleicht jetzt noch nicht dem entsprechen, was über die berufsständische Ordnung geschrieben wurde oder was auch nur nicht der Idee eines Staates entspricht, der sich voll und ganz auf die katholische Lehre bezieht oder der voll und ganz Christus als König huldigt. Das sind alles Visionen, das sind keine Utopien wohlgemerkt, das sind Visionen oder Fernziele, könnte man sagen. Und wir müssen natürlich eine ganze Menge an ganz kleinen, konkreten Schritten abhandeln, ablaufen, um zu diesem Fernziel zu kommen. Ob wir das Fernziel, ob die Verwirklichung dieses Fernsehens jemals erleben werden, das hängt von Gott ab, das wissen wir natürlich nicht. Und es gibt von, also der Satz wird dem heiligen Ignatius zugeschrieben, das ist ein sehr schöner Satz, finde ich, der besagt, dass man immer so beten soll, dass alles von Gott abhänge und immer so handeln soll, als ob alles von einem selbst abhänge. Und ich finde, das kann man auch in dem Fall als so einen Grundsatz nehmen. Also natürlich muss man beten, man muss auch dafür beten, dass unsere Gesellschaft heilt, dass unsere Gesellschaft nicht mehr so fragmentiert, nicht so polarisiert ist, dass sie nicht so innerlich zerrissen ist, wie das jetzt hier, fast Jahr vor Jahr schlimmer auch irgendwo wird. Wir müssen dafür beten, dass unsere Gesellschaft nicht mehr bekehrt natürlich, dass die Menschen katholisch werden. Ja, und auch, dass diese vielen Nöten und Krisen, also wir haben ja heute nicht nur materielle und physische, sondern auch viele psychische Nöte, ja, psychische Krankheiten ohne Ende, Depressionen, Selbstmorde und so weiter. Sie haben wirklich eine neue soziale Frage und das sind Dinge, da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, was zu tun und ich glaube, es ist immer gut, etwas zu tun, was eben den Menschen wieder in natürliche, in organische Gemeinschaften hineinstellt, also diese Einsamkeit, diese Zerrissenheit, diese Polarisierung, die das aufhebt, die den Menschen irgendwie zurückführt zu einer ganz konkreten, authentischen Beziehung. Ich glaube, das ist etwas, das ist noch gar nichts katholisches, das ist etwas ganz Natürliches erstmal, aber ich glaube, das ist extrem wichtig in der heutigen Zeit, gerade auch nach der Corona-Krise haben wir das gesehen, diese wahnsinnige Vereinsamung und auch von Menschen, und gerade auch die Digitalisierung trägt ja auch dazu bei, dass sozusagen Menschen teilweise glauben, sie seien in irgendwelchen Beziehungen zu anderen Menschen oder hätten soziale Kontakte, aber sie sind sehr gar, die sind nicht real, ja, sie sind virtuell und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Dinge tun, die eben reale Kontakte wiederherstellen, die den Menschen in einen Sinn und identitätsstiftenden Bindung, in einen Sinn und identitätsstiftenden Zusammenhang wiederstellen und ihm eine Aufgabe geben, die sinnvoll ist, die ihn mit anderen Menschen in Kontakt bringt, die konstruktiv ist. Das ist jetzt noch abstrakt gesprochen, aber ich finde das erstmal einen guten Grundsatz, weil da kann man, wenn man sich diesen Grundsatz mal so überlegt, dann kann man eigentlich wahnsinnig viele Dinge finden und ich würde sagen, da können kulturelle Dinge dazugehören, also es ist toll, wenn Menschen heutzutage, also wenn Katholiken auch, sei es jetzt eben bei sich vor Ort, im Dorf oder mit ihrer Jugendgruppe oder mit irgendeiner anderen Laiengruppe beispielsweise Dinge tun, wie die Kultur wiederherstellen, Menschen wieder zu unserer heimischen, zu unserer christlichen Kultur zurückzuführen, in der Musik, also durch Gesangsrunden, durch Volkstanzrunden, durch Laientheaterstücke, durch klassische Konzerte, durch Runden für Handarbeit, ja, aber auch sozusagen den Bezug auch zur Natur wiederherstellen, durch Wandergruppen, vielleicht durch Wallfahrten, durch die Pflege auch von Kulturdenkmälern oder Kriegerdenkmälern oder Friedhöfen bei sich im Dorf, also da schlägt man oft auch mehrere Fliegen in eine Klappe, das sind christliche Dinge, das sind Dinge, Symbole der Heimat, da stellt man Gemeinschaft her, da tut man etwas Geselliges, man macht etwas Körperliches, man macht aber auch etwas, was eben wirklich auch ein Absolat der Schönheit ist, ja, man bringt die Schönheit wieder zurück, das sind Dinge, die sehr, sehr praktisch und sehr, sehr wertvoll sind, aber auch auf der sozialen Ebene natürlich, ja, wir sehen heute, wie ich schon meinte, so viel Elend, so viel Not, ja, wir können helfen in Suppenküchen oder Armenspeisungen, wir können helfen, wenn es bei Obdachlosen geht, Kältebussen und so weiter, wir können versuchen, irgendwie vielleicht was Eigenes zu gründen, sozusagen auch, wo Menschen, die vielleicht vereinsamt sind, geholfen wird, weiß ich nicht, das machen auch manche Jugendgruppen schon, die gehen zu den Altenheimen und singen für die Alten, also das sind ja auch alles Dinge, die wieder eben Beziehungen herstellen, aber gleichzeitig oft kulturelle und soziale und katholische Aspekte miteinander vermischen, ja, oder also auf eine gute Weise, ja, weil oft sind die Grenzen da ja auch eh fließend und dann natürlich kann man auch sich politisch einbringen und das ist auch vor Ort, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, also gerade in seinem Stadtteil, in seinem Dorf, da gibt es Bürgerinitiativen, manchmal gibt es da Kommunalpolitik, wo man nicht mal auch in einer Partei unbedingt beitreten muss, aber man kann trotzdem sozusagen vielleicht Dinge tun, die dem Menschen vor Ort zugutekommen und, also, der heilige Pius X. sagt mal sinngemäß, dass der Traditionalist der Menschenfreund ist, ja, und ich glaube, das ist etwas, was man sich auch wieder in Erinnerung rufen kann, wir müssen die Menschen auch sein, die den anderen etwas Gutes tun, ja, Werke der Barmherzigkeit dadurch auch ganz, ganz konkret und das geht eben in allen Bereichen, wie gesagt, Soziales, Politik, das geht aber auch, gerade bei jungen Leuten, vielleicht auch im aktivistischen Bereich, dass man auch dem Gegner Grenzen setzt, ja, man sorgt dafür, dass man auf Demos geht, auf Kundgebung, dass man auch zeigt, wir als Katholiken, auch gerade junge Katholiken, wir sind präsent, wir sind da, ja, wir lassen nicht zu, dass das ungeborene Leben, dass die Familie, dass das unsere Heimat, auch diese eben, diese natürlichen Gemeinschaften, dass das alles ständig zerstört und angegriffen und lächerlich gemacht wird und auch so besudelt wird, ja, sondern wir, wir stehen selbstbewusst auf der Straße auch, ja, das glaube ich, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten und natürlich kann man das nicht alles auf einmal machen, das ist auch gar nicht notwendig, aber ich glaube, jeder hat entsprechend seine, seine Interessen, seine Fähigkeiten, seine Lebenssituation, seinem Ort, wo er wohnt und auch den Möglichkeiten, ob er schon irgendwelche Gruppen hat, bei denen er dabei ist, einfach auch verschiedene Möglichkeiten in dem Bereich zu wirken und ich halte das für extrem wichtig, dass man in einem dieser Bereiche auch, wenn man einen findet, der einem auch Freude bereitet, dass man da sozusagen auch sein Leben lang irgendwo tätig ist, ja, also das ist der Sinn auch der katholischen Aktion, so wie es die Päpste beschrieben haben und ich glaube, darin liegt auch der Schlüssel zur, einmal zur Abwehr von den ganzen Angriffen auf die Kirche, auf das Vaterland, aber auch eben auf die, ja, der Schlüssel zur Wiederherstellung eben einer katholischen Gesellschaft. Ja, auf jeden Fall, also das waren auf jeden Fall sehr viele schöne Sachen dabei, ich denke, da kann jeder irgendetwas für sich rausnehmen. oder auch noch weiterdenken natürlich. Oder natürlich weiterdenken. Ich meine, schlussendlich ist auch dieser Podcast einer dieser, ja, Aktivitäten sozusagen, sich einzubringen, eben einen eigenen Podcast zu machen und so auch wieder diese Themen an den Tagestisch zu bringen. Ja, wenn ich kurz noch einhaken darf, vielleicht gibt es ja da auch Ideen, die den Leuten jetzt beim Hören kommen. Ja, also vielleicht hört das jemand den Podcast und sagt, ja, ich habe da eine Idee und ja, je nachdem, wo er sich das anhört, kann er vielleicht da ja auch irgendwelche Kommentarfelder oder so mal was reinschreiben. Also, weil ich finde das auch immer interessant zu hören, wenn Leute sich mit diesen Dingen beschäftigen, merken sie manchmal, ah, wir können ja eigentlich das und das tun und manchmal sind das ja auch sehr banal. Ich habe ja manche Beispiele, ich genannt habe, waren ja auch sehr banal, aber sie sind eben viele kleine Schritte und bis man mal dann zum großen Fernziel letztlich kommt. Das ist so, viele kleine Schritte führen zu großen Veränderungen. Ganz genau. Und schlussendlich denke ich eben, wie wir schon gesagt haben, um das noch zusammenzufassen, es ist für jeden wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann unbedingt vernetzt euch, tauscht euch über dieses Thema aus und schlussendlich setzt katholische Initiativen in die Welt und werdet dadurch aktiv. Richtig. Moritz, vielen, vielen Dank. Die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten und wir wollen es nicht für alle Zuhörer zu lang werden lassen. Das war natürlich ein kurzer Abriss, aber du hast doch diesen Schnelldurchgang gut gemeistert. Vielen Dank. Ja, danke dir fürs Kommen und allen Zuhörern, bitte gerne auf Chad Hamon, abonniert den YouTube-Kanal und teilt unsere Videos, das hilft Chad Hamon sehr und hilft eben auch die katholische Gesellschaft einem Stück näher zu kommen. Vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag euch allen noch.